Hallo und herzlich Willkommen. Corona zum Trotz ist der Frühling da, ich hoffe bei Ihnen, bei euch auch. Und eine weitere neue Folge unseres kleinen Bookcasts hier in Zusammenarbeit mit der Badebuchhandlung in Westerland und Wenningstedt auf Sylt. Rolf Klaumann hat heute ein Kinderbuch rausgesucht für euch, meine Lieben, damit ihr nicht zu kurz kommt, weil ihr habt ja auch schon jede Menge, wie soll man es nennen, Hausarrest oder wie auch immer. Und da darf der Spaß natürlich auch durchaus mal an die Reihe kommen. Heute geht es um euer Lieblingsthema, um das Internet und von einem eurer Lieblingsautoren könnte ich mir vorstellen, nämlich von Marc-Uwe Kling, richtig. Das ist der mit den Kängurukroniken, jetzt auch verfilmt und ganz, ganz berühmt, muss man sagen. Der hat aber nicht nur diese Känguru-Stories mit diesem Anarcho-Känguru geschrieben, der hat auch tolle Kinderbücher geschrieben. Und eins davon ist im vergangenen Jahr erschienen bei Carlsen und beschäftigt sich mit eurem Lieblingsthema, nämlich dem Internet. Das Buch heißt Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Ein Buch zum Vorlesen ab 5 und zum Selberlesen so von 7 bis 8 etwa. Viele farbige Illustrationen von Astrid Henn sind dabei, 60 Seiten insgesamt und das Ganze kostet 12 Euro. So, ja und das wollte ich euch jetzt mal vorlesen. Der Rolf hat es rausgesucht und wir fangen einfach mal an. Es geht nicht mehr, sagte die Oma. Sie saß vor dem Computer und klickte mit der Maus. Jedes Mal, wenn sie einen Doppelklick machte, sagte sie, klick, klick. Tiffany blickte von ihrem Puzzle auf, guckte die Oma an. Es waren Ferien, deswegen war Tiffany nicht im Kindergarten, sondern im Wohnzimmer und deswegen waren Oma und Opa da. Zum Aufpassen hatten Mama und Papa gesagt, aber wer auf wen aufpassen sollte, das hatten sie nicht gesagt. Deswegen passte Tiffany auf die Oma auf, vorsichtshalber. Klick, klick, sagte die Oma. Es geht einfach nicht mehr. Was geht nicht mehr, fragte Tiffany. Na, das Internet, sagte die Oma. Schau, klick, klick, aber nichts passiert. Was ist das Internet, fragte Tiffany. Klick, klick, sagte die Oma. Das Internet, hmm. Die Oma kratzte sich an der Nase, dachte angestrengt nach und sagte endlich. Das Internet, das ist sowas ähnliches wie Videotext. Was ist Videotext, fragte Tiffany. Das ist, hmm, das ist wie Fernsehen, sagte die Oma, aber zum Lesen. Du hast echt keine Ahnung, Oma, sagte Max. Er lag auf dem Sofa, sein Handy in der Hand und schrieb eine Textnachricht an seinen besten Freund. Max war schon zehn. Max war nicht in der Schule, sondern auch im Wohnzimmer, weil ja Ferien waren. Und eigentlich, dachte Tiffany, müsste Max auf Opa aufpassen. Machte er aber nicht. Der Opa musste auf sich selber aufpassen. Max spielte lieber Handyspiele mit seinem Kumpel. Irgendwas mit Raumschiffen. Das Internet, erklärte Max, seiner kleinen Schwester, ist wie die Pinnwand über meinem Schreibtisch. Nur viel, viel größer. Verstehst du? Da kann man Nachrichten dran heften oder Fotos oder Geschichten oder Ausmalbilder. Sogar Musik und Filme, alles Mögliche. Und es haben schon ganz, ganz viele Leute Sachen an das Internet drangeheftet. Deshalb findet man inzwischen auf viele Fragen die Antwort im Internet. Manchmal ist die Antwort aber leider falsch, weil nicht alle, die im Internet rumklicken, wirklich schlau sind. Klick, klick, sagte die Oma. Das Internet, sagte der Max, verbindet all unsere Computer und Handys und noch viele andere Geräte. Deswegen kann man über das Internet auch mit anderen Menschen sprechen oder Spiele spielen oder Nachrichten versenden. Das mache ich gerade. Er drückte auf seinem Handy auf Senden, aber das Handy sendete nicht. Darum drückte er nochmal auf Senden und nochmal. Senden, sagte Max und drückte auf Senden, aber nichts wurde versendet. Das Internet geht wirklich nicht mehr, stellte er erstaunt fest. Sag ich doch, sagte die Oma. Warum geht es nicht mehr, fragte Tiffany. Ich glaube, sagte die Oma beschämt, ich habe das Internet kaputt gemacht. Du kannst doch nicht das Internet kaputt machen, sagte Max. Ich habe das ganze Internet kaputt gemacht, sagte die Oma kopfschütteln. Aus Versehen. Du hast auf gar keinen Fall das ganze Internet kaputt gemacht, sagte Max. Aber da täuschte er sich. Die Oma hatte tatsächlich das ganze Internet kaputt gemacht. Das ganze Internet. Auf der ganzen Welt. Kaputt gemacht. Von der Oma. Aus Versehen. Klick, klick. Na, da war aber was los. An dem Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hatte, fing es damit an, dass Luisa aus ihrem Zimmer stürmte. Luisa war natürlich auch nicht in der Schule. Waren ja Ferien. Da war Luisa meistens in ihrem Zimmer. Manchmal war Luisa sogar in ihrem Zimmer und nicht in der Schule, obwohl keine Ferien waren. Das durfte aber keiner wissen. Wusste auch keiner. Luisa war schon 14. Luisa konnte sich selber Entschuldigungen schreiben. Das durfte sie zwar nicht, machte sie aber trotzdem. Luisa hatte sogar schon mal einen Freund gehabt. Endestens zwei Wochen lang. Das war auch geheim. Wusste aber jeder. Kurz nachdem sie mit ihrem Freund Schluss gemacht hatte, hatte Luisa grüne Haare bekommen. Deine Schwester steckt in einer politischen Phase, hatte Papa Tiffany erklärt. Tiffany hatte politische Farbe verstanden. Seitdem nannte sie ihr schwingend grünes Kleid nur das politische Kleid. Luisa jedenfalls stürmte aus ihrem Zimmer. Ihre Haare waren grün und ihr Gesicht war rot. Was habt ihr mit dem Internet gemacht? Fragte sie wütend. Meine Musik läuft nicht mehr. Ich würde das ja eh nicht Musik nennen, was du immer hörst, sagte Max. Das weißt du schon, zischte Luisa. Seitdem sie grüne Haare hatte, hörte Luisa nur noch Lieder von Punkbands aus dem letzten Jahrtausend. Am besten fand sie eine Band namens Die Bäume. Max meinte, dass die gar keine Musik machen würden, sondern nur Krach. Und singen würden sie auch nicht. Stattdessen würden sie nur brüllend mitteilen, was ihnen alles nicht gefällt. Deswegen, meinte Max, hätte sich die Band auch lieber Die Babys nennen sollen. Warum geht denn das Internet nicht mehr, fragte Luisa. Die Oma hat das Internet kaputt gemacht, sagte Tiffany. Aus Versehen, sagte die Oma. Das ganze Internet, sagte Tiffany. Quatsch, sagte Max. Quatsch, sagte Luisa. Stimmte aber doch. Schau hier, sagte Oma zu Luisa. Klick, klick. Luisa zog alle Kabel aus dem Internet-Router und steckte sie wieder rein. Brachte nichts. Tiffany begann sich ein wenig Sorgen zu machen. Sie hatte doch auf die Oma aufpassen sollen. Und ausgerechnet heute hatte die Oma das Internet kaputt machen müssen. Na toll. Aus dem Gästezimmer hörte man jemand rufen. Das war der Opa. Er hatte im Fernsehen eine Sendung übers Angeln geguckt. Opa mochte Fische. Jetzt kamen keine Fische mehr. Geht das Internet bei euch auch nicht, rief Opa. Nee, rief Luisa. Sitzt die Oma am Computer, fragte der Opa. Ja, antwortete Max. Bestimmt hat sie es kaputt gemacht, rief der Opa. Soweit der Anfang und der Ausblick auf das tolle Buch von Marc-Uwe Kling. Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Ich hoffe, euer Internet ist in der Zwischenzeit heile und ihr konntet euch das alles ansehen, was wir hier vorgelesen haben. Dank, wie gesagt, an den Rolf. Nächsten Sonntag gibt es wieder ein Kinderbuch und in der Woche wieder neue Literaturhinweise hier auf unserem kleinen Bookcast. Wenn wir daran denken, wenn euch das gefällt, wenn ihr Fragen habt, ruft zum Beispiel in der Badebuchhandlung in Westerland auf Sylt an oder in Weddingstädt oder bei eurem lokalen Buchhandel. Da könnt ihr auch bestellen und die liefern euch das oder da könnt ihr es abholen, wie auch immer. Ich wünsche euch einen sonnigen Frühlingssonntag. Viel, viel Spaß beim Lesen. Vielleicht heute mal draußen im Garten warm genug ist es ja. Und dann macht's gut und viel Spaß und bis bald hoffentlich. Euer Stefan Hartmann. Tschüss.